Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digits Adventure und der Region Ägypten. So, dann gucken wir mal, wo wir die drei Löwen finden. Ähm, das sind zwei Kamäle. Ähm, ich gehe aber, glaube ich, jetzt erstmal, ja. Da unten rum, ähm, den kann ich da rein und da hoch. Ja, das geht, okay. Okay. No. No, da, hier ist eine Yachtelüge. No. Okay. No. Dann noch hier auf die Schild. Zweite Halle. Äh, okay. Das funktioniert nicht. Da muss ich doch da oben rum. So. Dann hole ich mir jetzt den Löwen. So. So. Okay. So, dann geht's hier unten weiter. So, jetzt nehmen wir die Steine, na klar, noch nicht hier. So, jetzt nehmen wir die Steine, na klar, noch nicht hier. So. Dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen, lasst mir ein Like und ein Abo da. So. 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 Auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt der Toto. So. So. Vielen Dank.